mit ewiges Eis mit ewiges Eis würde das da würde wahrscheinlich nicht mehr stehen er hat drei oder Spezialangriff eingelegt muss ich dann gucken das Schlimmste ist ich habe jetzt auch all meine Kohle für irgendwelche Heileitems ausgegeben ich hab nischt mehr Spezialangriff hat ja nur 70 Angriff ist 68 obwohl 70 ist dafür das Ding die Plane 39 ist mittlerweile ja für Knuffelpuff der eigentlich so angreifen sollte das geht hey es ist ja dunkel hier draußen nö außerhalb ist es jetzt nur zufällig gerade richtig aufgefallen ich hab das nicht gemerkt ach du ahnst das nicht ich trainiere jetzt auch gerade meinen Flammara mit EP-Teiler hoch ja ich trainiere auch erstmal alle auf 35 mit EP-Teiler hoch außer der Tox hat der macht die ganze Arbeit und jetzt entschieden dass jeder Umgebung trainieren werden war das auch das auch da kommt auch noch gut schnell irgendwo hin hier ist auch der Kopf hier in der Nähe also ich verabschiede mich von Kalle meinem Imperator ja von Dieter meinem Aquaner von Dextro meinem Garados Kilian mein Taubos der erste Pokémon das ich mir selbst gefangen habe und natürlich auch von The Queen die eine 47 die ja eigentlich jeden Arenakampf für mich geklärt hat ich wollte gerade sagen Hut up for The Queen Hut up Hut up for The Queen und lebe auf da müssen wir klatschen ich klatsche für The Queen ich klatsche aus Respekt for The Queen so und dann mal eben mitnehmen wenn ich denn auf jeden Fall trainiere ich nehme Weberak mit Rattika nicht ne Rattika nicht auf welchem Level sind die Dragoneers von Sandra? 37? jetzt überlegen ob ich das jetzt mache bis 37 oder trainieren oder ja gegen die antreten ich habe aber Angst Knottelhoff oh ey wenn ich mir jetzt mein Team angucke ich könnte heulen glaub ich dir hey jetzt Palki jetzt stehen wir gar nicht mehr so schlecht da an ja ey wuhuuu ich hasse euch so sehr das läuft ja from hero to zero so siehts mal aus from hero to zero oder so oh shiny georock ich will doch nicht gegen die antreten ey kacke Spezialverteidigung hat Flammare war auch so hoch könnte mir gegen die Dragoneers helfen mit Kopfnuss NEIN ja ok ich mach das jetzt nein ich machs nicht hab ich hab Angst ich hab den die Items nicht abgenommen oh fuck ich sag jetzt nicht dass die EP-Teiler hatten nein der EP-Teiler ist noch da aber ewiges Heepklauer ist weg das ist aber auch richtig so ja ja das duftest du auch nicht ich sag mal bei EP-Teiler hätte ich gesagt okay in deiner Situation lass ihn da aber die anderen auf keinen Fall Knuffelpuff hat ewiges Eis das braucht er für Eishieb ich muss jetzt mal überlegen das könnte ein dritter das legt ein Dragoneer Quappo Quappo könnte ja gegen die Dragoneer Quappo ist für Quappo lebt ja immer gern den Wasserkampf ja ich glaub wohl dass er was reißen kann Surfer, Hypnose, Regentanz und Bodyslam der wird für C3King wichtig sein ja Bodyslam auf jeden Fall ja Tentoxa ist auch für C3King oh ein Hund, ein Hund die Musik kommt oh Raikou nice fange es und Thaddeos ich hab bisschen Angst aus der Funken-Sprung der haut doch ab ich hoffe es ach als ob der kämpft aber schöne Musik Golbert ist unwichtig und Shiny auch Flammara bräuchte ich noch das will Raikouis geflohen was mach ich denn jetzt also ich müsste eigentlich Golbert und Shiny müsste ich ablegen wenn ich gegen sie antrete und dann ja ja Golbert bringt nix Shiny auch dafür nehme ich mit Hartrock als Opfer ja genau da ach mir romp ich dann auch die globalen ja mein Shiny graume auf jeden Fall und dann will ich mir Hypo Heiler mal eben kaufen boah ich hab jetzt schon keinen Bock mehr So, ich werde jetzt auch mal gegen Sandra antreten. Habe ich geheilt? Voll paranoid. Müsste ich, oder? Mal gucken, AP. Alle sind jetzt mindestens auch 35. Jetzt trainiere ich Taddeus noch mal ein bisschen extra wegen dem Eisturm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber dann wird es schneller gehen, weil er hat jetzt nicht mehr EP aufgeben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Sandra. Ich mag sie nicht. Und sie mag mich nicht. Was soll ich tun? Sie fängt mit Dragonier an. Welche Items trage ich denn? Welches Dragonier kann Donnerblitz? Können die nicht alle drei? Nee, 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 Quatsch. Ich glaube... Eins kann Eis strahlen, eins kann Donnerblitz und ein noch anderes... Das macht Slam. Ich glaube, das erste macht Slam. Nee, nee, Quatsch. Ich glaube, das erste ist das mit Donnerblitz. Nein, das erste ist das mit Eis strahlen. Bist du denn schon am Angriff da? Nee, nee, ich stehe vor hier. Ich bin jetzt gerade am gucken. Aber ich glaube, ich fange mit Knuddelhoff an. Bei mir hat das letzte Donnerblitz gemacht. Ich quatsch, ich fange doch nicht mit Knuddelhoff an. Ich fange mit meinem Flammare an. Das hat bessere Werte. Das hat 109 Spezialverteidigung. Boah, das ist gut. Aber wenn das Eis... Obwohl, die können keinen Surfer, ne? Doch, doch. Eins kann auf jeden Fall Surfer. Ja? Ich weiß nicht, ob es alle Surfer können. Ach, dann fange ich mit Knuddelhoff an. Ist mir jetzt auch egal. Welche Schwäche hat denn Siedlarkin? Gar keine. Wache, ne? Wache als Schwäche. Ja, krass, da hast du Drachenwut. Toll. Du hast keine andere Drachenattacke zu dem Zeitpunkt. Außer du hast einen Dratini und... Doch, Feuerhunde. Hast du ja vorher nicht. Nee, gar nicht. War Windhose. Ja, Windhose. Ich kämpfe jetzt gegen die. Komm, ich fange mit meinem Knuddelhoff an. Fertig jetzt drauf. Nach einer Stunde 37. Da wird jetzt auch mal Zeit. Jo, ich trinne noch ein bisschen. Hätte ich auch machen sollen. Ich habe ein bisschen Muffensausen. Können wir nach dem Partner einen Feierabend machen, oder wollt ihr noch einen ranhängen? Also von mir aus... Ja, ein Volltreffer. Das erste Drachenwut ist tot. Und die Donnerwelle hatte keine Wirkung auf meinen Knuffelpuff. Yes, 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 baby. Come on. Donnerwelle... Keine Wirkung. Was ist ja jetzt los? Eici, pow! Und kli-kli-kli-king. Eici, du bist noch ein bisschen stärker. Das, das Drachenwut Donnerblütz macht nicht mal 30 Schaden. Und ich liebe dich... Mua! Da ist das dritte Dragonir. Und das macht Eisstrahl. Nicht einfrieren. Und jetzt kli-kli-kli-kli-kli. Und kli-kli-kli-kli. Ja, ist eingefroren. Yes! Ihr Cedra King, oder was? Naja, das letzte Dragonir. Ich heile mich jetzt erstmal in aller Ruhe. Was mache ich denn jetzt? Ich könnte auch wechseln. Ich wechsle jetzt mal auf meinen Hentai und setze dann auf Matschbombe. Dann kommt sein Cedra King gleich und ich habe einen Zug geschenkt gekriegt. So, Dragonir ist auch weg. Jetzt kommt nur noch Cedra King. Und Cedra King kann eigentlich nichts gegen meinen Tentoxa machen. Hyperstrahl, Surfer und sowas, das funktioniert alle nicht wirklich. Matschbombe, komm, vergiften. Gegen wen hast du? Tentoxa. Ja! Fast die Hälfte unvergiftet. Was denn? Matschbombe. Woher hast du nun Matschbombe? TM? Über Mahagonia City, wenn die Rockets weg sind in dem Häuschen. Das haben wir ja zurückgelassen. Und Hyperstrahl zieht keine 40 KP ab. Wo? Über Mahagonia City. Das sind ja, wenn du zum See des Zorns gehst, in dem Häuschen. Rockets, die dir sonst immer... Ja, boah, dann hau ich da jetzt... Dann geh ich da jetzt eben hin. Und Matschbombe zieht so viel ab, ne? Und tot. Gewonnen. Ich glaub, Matschbombe hole ich mir dann jetzt auch. Auf jeden Fall. Musste machen. Zwei Matschbombe, Cedra King war down. Gewonnen! Boah, du hast ein leichteres Spiel mit dir als ich. Boah, vor allem, weil zweimal Donnerwelle nicht funktioniert hat auf meinen Knuddelhof, ne? Ich bekomme Gänsehaut davon. Okay, wer kann denn... Jetzt kann ich... Jetzt hab ich hier Hardrock. Das ist aber nur ein Ding, so, oder? Das ist doch nur ein... In Kristall, so, oder? Kann wohl sein. Aber Matschbombe ist echt nice, ey. Matschbombe ist ein hammergeiler Move. So, Leute. Fünf Minuten und dann enden wir den Part. Dann ist es 45. Ja, dann ist es 45. Also fünf Minuten haben wir noch. Oder sollen wir denn weiter... Nee, ich möchte... Ich bin momentan noch etwas emotional angeschlagen. Ehrlich? Ja. Wer lernt denn jetzt Whirlpool? Kein Toxa wahrscheinlich, ne? Hab ich... Zuran, in welchem Haus zählt über Maragunia City? Da, wo man sonst tausend... In dem ersten direkt. Auf der rechten Seite. So, Tintoxa, dann verlern mal Surfer. Ja, Surfer vergessen. Und dafür lernst du Whirlpool. Gott, ist das traurig. Ich muss mir einem Tintoxa Whirlpool beibringen. Hab ich aber auch. Der kann Surfer, Whirlpool, Eissturm und Matschbombe. So, und Georock kriegt den EP-Teiler wieder. Ey, wo ist der EP-Teiler? Ach, den hat ja mein Flamara. Nein, nein, den bekommt mein Georock. Genau. Ja, nur ziniert. Auf welchen Level sind deine eigentlich, Matsch? Die sind ja alle von 36, mein Georock, bis über 39 und mein Tintoxa ist halt, weil es so die ganze Zeit vorne stand 45 geworden. 45? Ja, das stand halt die ganze Zeit vorne. Alter, das ist übertrieben. Ihr, was soll ich machen? Ja. Äh, Duran? Ja? Wem soll ich Matschbombe beibringen? Äh, Weberrack oder Potroth? Oh scheiß, hier laufen Trainer rum. Äh, Matschbombe? Näääh. Was? Ich find's Weberrack. Ja, Potroth würde ich, würde ich Toxin später beibringen. Okay. Ey, und hol hier Schaufler, Nationalpark. Und kriegt man da Schaufler? Ähm, geh, du musst, äh, oben, ganz oben rechts, ist da so ein Zwischeneingang, neben so einem Blag. Und dann kannst du, äh, diesen, am Rand kannst du enther, äh, langlaufen, dann musst du links, links nach unten laufen. Stimmt. Okay. Stimmt, da war ich auch noch nicht. Äh, da hätte ich auch mal hingehen sollen. Wie lieb ich zu euch bin. Ja. Du bist ein Schatz. Mua. Mua. Kuss auf die, äh, äh, ähm. Nein. Dann trainier ich mein Taddeos. Schuhlebäckchen. Sonde einsatz. Kampf einsatz. Dann trainier ich mein Taddeos auch wirklich noch auf 40, wenn dein auch, wenn dein auch auf 45, oder? Ja. Ja, mach doch. Ja, was nicht. Du, was soll ich machen? Bis mein Quapuzzi das trainieren konntest. Barriere. Barriere. Marre, hab ich nicht gemacht. Das setzt du, das setzt du nicht ein. Ey, warum machen die denn, warum können die Kaskade? Dennis Wirponig von Dambul. Ah, okay. Yay, Shiny 37. Wow. Toll. Also mittlerweile geht mein Team wieder. Da bin ich ganz zufrieden mit. Oh, da ist ein Item. Ne. Ey, das sind Zwillinge. Hallo. Jetzt habe ich gerade geguckt, welche beiden Pokémon vorne stehen, weil es ja ein Doppelkampf ist. Äh, äh. 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 Soviel dazu. Ach, Gratini. Ach, Scheiße. Jetzt habe ich hier in der Drachenhöhle gar nicht nach dem Pokémon Ausschau gehalten, was ich als erstes gesehen habe. Das durfte ich erfangen. Das ist nur wer so gesehen. Ich glaube, es war ein Karpador. Oder habe ich hier drin schon eins gesehen? Ne, das war da draußen. Das ist egal. Ich fange hier keins. Jetzt kommt ein Dratini. Äh, Shiny Dratini. Äh, äh, äh. Das wäre ein Karpador. Obwohl, Shiny dürfte ich erfangen. Ja. Oh Gott, jetzt kommt der. Ja, jetzt macht das Red. Jetzt macht den Schrein hier auch noch eben fertig. Sandra hat dich geschickt. Und, was ist los hier? Eigentlich müsste ich das in Normalspeed machen. Was bedeuten dir Pokémon? Kumpel, Untertan, Kamerad. Naja, komm, Kamerad. Was hilft dir, den Kampf zu gewinnen? Voll angewidert. Was hilft dir zu gewinnen? Strategie, Training, Mogel. Laufler bringe ich aber vor allem nochmal. Strategie, Schwächling, Muskelprutz. Ich möchte jedes Pokémon trainieren. Oh, ich habe jetzt gemacht. Was ist dir wichtiger? Starke Pokémon. Hä? Habe ich nicht mitbekommen. Achso, Entschuldigung. Starke Pokémon. Blöder Alter, hast du wieder nicht mitgekriegt? Äh, okay, dann. Oh, jetzt habe ich... Ach, Mist, Klick auf beides. Ach, Kacke. So ein Quatsch, ey. Wisst ihr was? Ich glaube, ich bleibe jetzt hier im Wald wohnen und fühle das Leben eines Eremiten. Ich habe keine Lust mehr, Trainer zu sein. Nein, eigentlich im Wald ist aber was. Ja. Da kannst du richtig gut trainieren. Da habe ich mich mal ein Tongepi auf 20 trainieren lassen. Mann, das ist so bitter, ey. Jungs, Patrick, Peiky, du willst doch bestimmt hier die Absage machen. Wir haben uns ja sehr, sehr gut. Ja, warte eben, lass mich bitte eben, lass uns einen Tacken länger machen, dass ich eben hier rauslaufen kann. Ja, ich weiß, wann ich da hinkomme. Ich bin jetzt auf 20, ich meine, aber ein bisschen Speed hier. Was? Watt, watt, watt. Ja, nur, dass ich auf 40 ist. Ach so. Okay, dann mache ich das auch so lange, bis mein Ten Toxel auf 50 ist. Okay. Oh, 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 Raikou. Raikou. Sir, fuck, darfst du anfangen? Nice. Oh, helft dir den? Was passiert eigentlich hier oben, wenn man da Kopfnuss bei den Bäumen, aber da kommt man gar nicht hin? Schade. Du brauchst Entei gesehen, ne? Zweimal Entei, zweimal Raikou. Nice. Ryo, jetzt musst du zweimal Syrikun sehen. Drip. Jetzt bin ich jetzt zurückgelaufen, so ein Scheiß. Ja, Professor Lind, ich kann aber nicht fliegen, das dauert, bis ich bei dir bin. Da will ich jetzt gar nicht mehr machen. Warum? Warum hat der dich da jetzt angesprochen? Ja, der hat gesagt, der hat was für mich und will mir den Meisterball geben. Ja, genau, stimmt. Aber ich mache jetzt, ich halte jetzt meine Pokes und dann kannst du Abmoderation machen. Der holst jetzt auf 40. Wunderbar, einmal kurz weg. Das war echt ein sensationeller Part, Aufnahme-Sessions, Geduld. Das war echt ein geiler Part. Ach Gott, das war so viel Training. Entschuldigung, ab nächstem Mal wird es wieder besser. Nee, eigentlich nicht, der muss hier für die Liga trainieren. Wird auch nicht besser. Ja, obwohl ich mich nicht, ich mache die Arena. Nee, ja, mache ich erst mal eine Abmoderation, mein Freund. Jetzt sofort? Ja! Ja, sofort, gerade am Einkommen. Ja, sofort, eben noch die Arena. Ich mache, eh noch einkommen. Ah, Paiky, jetzt komm, mach das gescheit zu Ende, oder ich gehe. Ich gehe, ja, dann lasst du den Laptop laufen. Feuerhudern, wer kann ein Feuerhudern nähern? LOL, keiner. Wuchtschlag, Ryo kann Wuchtschlag. Setz da gleich den Paiky ein, pass auf. Okay, sind wir soweit? Ja! Wunderbar! Ich will mal sagen, wir sagen auf Wiedersehen. Es geht auf und ab, berg hoch, berg runter. Sowohl wie auch bei Ryo, wie bei Blura und bei mir. Und das geht bei uns. Ja, wir müssen uns ein bisschen entschuldigen für den Trainingsbad, Blura noch nicht. Aber, nächstes Mal gibt mir Action. Dafür gab es bei Ryo geile Action. Kein Platz gespeichert, ne, ich speichern nochmal. Alles klar, dann sage ich mal auf Wiedersehen und see you soon. Ciao! Bis zum nächsten Mal!